Maria Virginia Onorato ist eine italienische Schauspielerin und Filmregisseurin. Die Schwester des Schauspielers Glauco Onorato war bereits mit zwölf Jahren als Darstellerin in Luigi Sampas El Atte di Arangia sie zu sehen und war später Schülerin des Centro Sperimentale di Cinematografia. Zwischen 1960 und 1966 trat sie in einer Handvoll weiterer Filme sowie beim Fernsehen auf, wirkte dann an zwei Filmen als Schnittsekretärin mit und inszenierte 1972 nach eigenem Drehbuch den in der Politik angesiedelten Giallo Lultimo Uomo, die Sarah, der jedoch kein Publikumserfolg wurde. Bis auf einen Schauspielauftritt 1994 zog sie sich für dokumentarische Werke hinter die Kamera zurück. Filmografie, Darstellerin 1954, El Atte di Arangia sie, 1994, Un Altro Giorno Ancora, Regisseurin, Drehbuchautorin 1972, Lultimo Uomo, die Sarah.